So, auf ein neues. Dann probieren wir es gleich nochmal. Ach du Schande. So, kommt schon. Ah, da ist er doch. So, da springen immer noch welche rum. Ja, und da kommen wieder die Drünchen. Man, 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 man. Da haben die sich aber echt was einfallen lassen. So, was schießt der noch? Ist noch was da? Ach so, ja. Ah, da sehen wir es. Gut. Da haben wir zumindest das hier aus dem Weg geräumt. Ja, ich denke beim 12. oder 13. Mal geht das leichter. Oh. So. Gleich wird es wieder knallen. System gedrosselt. Okay. Da kann ich leider überhaupt nichts machen. System wiederhergestellt. Oh, ja, weg. Oh, ja, weg. Ja, weg hier. Okay. Ja, das sagt er immer so leicht hier zum Abholpunkt. 88 Meter. Ah, okay. Da ist immer noch einer unterwegs. Ah, ist das der? Okay, ich verstehe. Aber ich sehe ihn nicht. Na, wo ist er denn? Mal schauen, ob der funktioniert. Ne, der funktioniert. Ah, doch. Und weg. Ne, der triggert ihn nicht. Doch jetzt. System Fehlfunktion. System wieder online. Okay. System unterbrochen. Kommen wir jetzt hier vorwärts? System wieder hergestellt. System gedrosselt. Ah. Ne, der ist immer noch da oben, ne? System reaktiviert. System unterbrochen. So, sehr gut. Jetzt kann ich wieder ein bisschen in Unterstützung. System wieder online. Um zu sehen, was als nächstes kommt. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Ja, natürlich. Feindliche Sturmerdrohne entdeckt. Ja, in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Oh ja. Komm, Lauf. System Fee-Funktion. System reaktiviert. So, wird der Mörser jetzt wieder hierher fliehen? Ja, ich muss voll und ganz auf meine Fertigkeiten bauen. So, zum Abholpunkt gelangen. Das versuche ich doch schon seit Längerem. Ah, hat es da hinten wieder irgend so ein Ding? Wo ist es denn? System wiederhergestellt. System Fehlfunktion. Ah. Man sieht es ganz schlecht. Man sieht es ganz schlecht. System reaktiviert. System gedrosselt. System wieder online. Komme ich da irgendwie hoch? System Fehlfunktion. System wiederhergestellt. Ah, da bist du. Dankeschön. So, den kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Jetzt bin ich schon voll. So, dann jetzt nochmal die Drohne raus. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier... Oh ja, Munition brauchen wir auch jede Menge. Wow, 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 wow. Noch zwölf Meter. Ich hoffe, dass wir jetzt hier zum Helikopter kommen. Nein, natürlich nicht. Ach toll, Geschütze. Darauf habe ich jetzt auch Bock. Schöne. Ach. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Ja, klar. Rote Sturmerdrohne entdeckt. System unterbrochen. System wieder online. System Fehlfunktion. System wiederhergestellt. So, da muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie wir die Geschütze hier ausgeschaltet bekommen. So. Und dann werden wir mal hier was hinwerfen. Damit jetzt zumindest ein bisschen. So, okay. Normalerweise muss es da jetzt irgendwo so einen Elektrokasten oder irgend sowas geben in der Richtung. Die Frage ist wieder nur, wo? System reaktiviert. System gedrosselt. Okay. Wo, wo, wo? Ach, okay. System wieder online. System wieder funktion. Ja, okay. Das ist es noch nicht. System wieder hergestellt. Wie kriege ich die Geschütze jetzt aus? System unterbrochen. Dazu muss ich erstmal wissen, wo ist sozusagen der Sicherungskasten? System reaktiviert. Weil da kann ich ja nirgends hinschicken. Ah! Geht das? System wieder hergestellt. Nee, 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 nee. Da kann ich zwar draufschießen, aber deswegen gehen die nicht kaputt, ne? Da muss man den Stromkasten ausschalten. Okay. System unterbrochen. Ach, du Schande. Da steht ja direkt einer. System reaktiviert. System Fehlfunktion. System wieder hergestellt. System gedrosselt. Wo gehen die Kabel hin? Irgendwo werden da Kabel sein. System wieder hergestellt. Okay. System gedrosselt. Ah! Stopp. Deckung. System wieder online. System Fehlfunktion. Okay. Augenblick. Bei Werke zu kasten war es natürlich nicht. Ah, da. Sehr schön. System wieder hergestellt. System unterbrochen. Jetzt ist die Frage, sind alle Geschütze aus? Nein, das da hinten natürlich nicht. System reaktiviert. System Fehlfunktion. So, das Geschütze ist tot. Die Frage ist, wo geht das andere Geschütze hin? System wieder hergestellt. System gedrosselt. Kann man da irgendwo das Kabel sehen? System reaktiviert. System Fehlfunktion. System wieder online. System gedrosselt. Hm. Wo ist das Kabel? System wieder hergestellt. System unterbrochen. System wieder online. System gedrosselt. Okay. System reaktiviert. System Fehlfunktion. Ach du Scheiße, da ist auch einer. System wieder hergestellt. System unterbrochen. Ah. System reaktiviert. System Fehlfunktion. Agent braucht Verstärkung. System wieder online. Ja, soweit so gut. Aber wo habe ich jetzt den Strom? Wo kann ich das Ding ausschalten? Das Teil hier. Wo kriegt das einen Strom her? Nein. Okay. Da. 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 So, das war jetzt welcher? Das war der hier. Okay. So, wo geht der jetzt hin? Aha, der geht da runter. Und irgendwo da hinten hin? Boah, einmal ums Haus rum, oder was? Äh? Okay. 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 Jetzt wissen wir Bescheid. Also die Geschütze hätten wir jetzt ausgeschaltet. So, wie geht's jetzt weiter? Wo müssen wir jetzt lang? Ah, da. So, da gibt's natürlich auch irgendeine Munition. Auf der Seite? Oder hinterm Tor? Yep. Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hoffe, wir sind jetzt gleich da. Aber jetzt gehen wir doch langsam duschen. Okay. Agent, Kampfrunde von vorne. Sie müssen sie unbedingt erledigen, bevor Torres landen kann. Hm, es war ja klar, dass es das noch nicht war. Ah. Oh, Mann. Das ging zügig. So, nochmal nachladen. Okay. Okay. Ja, das war ja klar. Und auch noch mit Flammenwerfer. Das passt mir jetzt gar nicht so richtig ins Konzept. Dann mache ich mich mal ein bisschen aus dem Staube. Ach du Scheiße. So viel Luft haben wir ja gar nicht, um sich aus dem Staube zu machen. Wenn ich da hochgehe. Und die Dinger sind auch noch da unterwegs. Ach, die Schande. So, wie kriegt man denn die jetzt am besten? Und da haben die denn Schwachstelle. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Sparkle. Aber auf jeden Fall muss der zu killen sein. Ja, die Stürmerdrohnen. Die machen mir ein bisschen Sorge. Ach, der ist auch noch einer. Kommt da jetzt einer rein? Ich meine, der Vorteil ist ja wohl, dass die nicht hier reinkommen, oder? Ach du Schande, da. Okay. Ja, ja, klar. Werft doch die ganze Zeit die Scheiße hier auf mich. Okay. Bereich sichern. Ups. Ja, ja. Da wirft wieder einer. Mann, 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 Mann. Dann habe ich da irgendeinen in die Suppe gespuckt. Okay. Sieht ihr das? Ja. Ach man, das hört sich ja so an, als wäre das ja gar nicht mehr auf. So, wo denn? Wie denn? Was denn? Können wir denn jetzt endlich los? Wo ist denn mein Taxi? Äh, wo lang? Wo lang? Ah, Bergung anfordern. Stimmt, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Okay, das hätten wir Belohnung eingesammelt, sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt in DC? So, ist jetzt irgendwo was zum... Ah, okay. Puh, das war jetzt aber ein hartes Stück Arbeit mit einigen Anläufen. Ja, man muss ihm erstmal wissen, was auf einen zukommt und dann ein bisschen planen. Planen? Bis zum nächsten Mal.